Ja hallo Freunde, ich bin wieder mal am Weg. Heute bin ich in Stockerau und wir werden bei diesem wunderschönen Herbstwetter ein bisschen in die Aue spazieren entlang von Lenaus-Wanderweg. Und ich freue mich schon sehr, es wird ein grenzgeniales Wetter und ich würde sagen, wir gehen auf der Kloß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020